Die Leute selber sehen es nicht mehr, aber wenn man noch ein bisschen Empathie hat, sind wir momentan in einer Situation, wo die Leute es akzeptieren, dass Obdachlose erfrieren, weil sie keinen 3G-Status nachweisen können oder dass die Tafel, also ich habe den Ernährungsrat gegründet, deswegen ärgert mich das in besonderem Maße, weil ich Zugang zu gutem Essen für alle schaffen wollte. Und jetzt macht die Tafel von Paul Breitner, macht den Münden dann 2G, das heißt, faktisch werden die Ärmsten der Armen von der Nahrungsmittelversorgung ausgeschlossen oder sie unterziehen sich einem experimentellen Eingriff, wo noch keiner sagen kann, wie wir in 3 bis 5 Jahren drauf blicken werden. Und da frage ich mich schon, welche Seite sich denn radikalisiert hat. Und da denke ich, da müssen wir jetzt wirklich, wirklich aufpassen, dass das nicht weitergeht. Deswegen auch diese Proteste, deswegen auch dieses Bündnis. Wir wollen zeigen, dass das vernünftige Forderungen sind und wir wollen die Gesellschaft auch wieder ins Reden bringen. Wir haben ein Team an Mitarbeitern, lauter junge Leute, erfolgreich beruflich tätig, die immer helfen wollen, aber es nicht können unter der Woche. Die haben sich jetzt alle eingefunden am Samstag, da haben wir ein Team an Helfern, das ist gigantisch groß. Da wird mit ganz, ganz viel Brain gearbeitet und es macht einen Riesenspaß, was an dieser Station alles los ist. Also das sind mal so. Und im Jahr retten wir auf diese Weise, also sind wir mit die größten Lebensmittelretter, 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittel. Die nächste Frage. 6,5 Millionen Kilo. Kilo, 6,5 Millionen Kilo. Entschuldigung. Die nächste Frage. Ja. Ah, das Mikro. Dahinter. Ja, ja. Dahinter. Ne, er winkt. Ganz wichtig. Dankeschön. Nein. Sie haben gesagt, Sie haben da einiges anders gemacht als die Essener-Tafel, die ja damals ins Gerede gekommen ist. Das wäre jetzt die erste Frage. Was für Tipps können Sie für die Organisation der anderen Tafeln geben, was Sie besser gemacht haben in München als die Essener? Und die zweite Frage wäre, Sie haben erzählt, dass Sie sich die Einmischungen der Politik eigentlich am liebsten verbieten möchten. Damals hat sich dann auch unsere Kanzlerin eingemischt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Welche Gefühle gehen in Ihnen da durchs Herz? Denken Sie sich da um Gottes Willen, wenn sich die Politik einmischt, dann wird jetzt meine ganze Arbeit zerstört? Oder was empfinden Sie da? Ach, das ist an sich ganz einfach. Ich habe ja zu Anfang gesagt, wir sind ein Hilfsverein. Wir wollen helfen, wo Not ist. Egal, was die Politik jetzt ringsherum bestimmt und ausrichtet und macht. Wissen Sie, die Politik hat oft versucht, uns zu instrumentalisieren. Das lehnen wir ab, das wollen wir nicht. Und diese Unabhängigkeit, muss ich Ihnen sagen, ist ein ganz hohes Gut für uns. Das wird uns auch sehr hoch angerechnet. Weil wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen, ihr macht ja alles falsch und wir haben hier so und so viele Menschen, die nicht alleine so weit über die Runden kommen würden, das wäre überhaupt nicht in unserem Sinne. Aber wir sind da, wenn Sie die Hilfe brauchen, dass wir es tun. Und da braucht es keine politische Unterstützung. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe zu vielen Politikern hier in München gute Kontakte, aber da ist für mich nicht ausschlaggebend, welche Partei oder wohin sie gehören, sondern die Menschen als solche, die dahinter stehen und da gibt es ein wunderbares Verhältnis mit denen dann. Und zu Essen wollte ich noch sagen, ich kann nur eines, ich bin stolz drauf auf diese liberale Einstellung bei uns. Wir sind alle, alle Mitarbeiter müssen das gleichmäßig sein, haben keine Vorbehalte und gegen niemanden. Und ich kann zu Essen nur sagen, wissen Sie, wenn Gruppen ausgegrenzt werden plötzlich, wie es da der Fall war, dann ist es ganz schwierig in so einer Einrichtung. Und das ist dort so eskaliert. Das darf man nicht zulassen. Das ist, wenn Sie das entsprechend im Griff haben, organisieren. Bei uns ist es eine wichtige Aufgabe, hat jeder Ausgabestellenleiter, der ist autorisiert, der muss auch da durchgreifen, der muss die Dinge im Griff haben und die Leute dann auf ihren Platz verweisen. Und wir nennen unsere unterstützten Gäste, wie ich schon sagte, ein Gast ist immer willkommen, ein Gast muss auch wissen, wie er sich zu benehmen hat. Und wenn bei uns wirklich ausfällige Ausfälligkeiten vorkommen und sich Gäste wild aufführen, was übrigens ganz selten nur der Fall ist, dann dürfen wir auch das Gastrecht verweigern und sagen, bitte kommen Sie nicht mehr zu uns. Habe ich noch was vergessen, wenn Sie noch eine Frage haben? Oder habe ich alles beantwortet? Ja, das war noch die Frage. Haben die Essener vielleicht dann sowas verkehrt gemacht, dass man zu wenig geprüft hat zuerst, welche Leute sind bedürftig oder so, dass dann plötzlich zu viel kamen, die Bedürftigkeitskarten hatten, dass dann Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammengepasst haben? Oder was lief da anders als in Essen bei Ihnen? Also ich weiß das nicht. Bei uns kann es insofern eben nicht passieren, weil jeder erst, wenn er seinen Berechtigungsschein in der Hand hat, dann erst darf er an die Ausgabestelle, die ihm sozusagen zugewiesen wird, gehen. Der kann nicht wild, deshalb geben wir auch unsere Ausgabestellen, ich meine, viele wissen, wo sie sind, aber wir werden auch oft gefragt, geben Sie uns bitte die Adressen der Ausgabestellen. Das tun wir nicht, sondern das wird übers Büro organisiert, wo er hin muss oder sie. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Frage für Frau Kiete. Wenn man eine der erfolgreichsten Tafeln in Deutschland führt, dann einem anderen, der auch ins Gerede gekommen ist, dann irgendwo von oben herab einen Tipp zu geben, das sollte man auch vielleicht doch vermeiden. Zwei Fragen? Frau De Jong? Nein, nein, erst Frau De Jong. Ich hatte die Frage, Sie sagten, dass junge Menschen sich engagieren, besonders am Samstag. Ja. Die haben wahrscheinlich auch, möglich, Kinder oder junge Kinder oder Näfen oder Nichten. Wäre es auch eine Idee, in den Schulen mal einen Informationstag zu machen und sagen, ein Tafeltag. Die Kinder, besonders in den Schulen, dass man sagt, dass sie in München da sind, wo sehr bedürfte Eltern ihren Kindern hinschicken, Privatschulen, und dass die da ein bisschen bewusster werden, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Und dann, wenn man mit Lebensmitteln umgeht,